Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Sich ein dickes Fell zulegen oder auch das juckt mich nicht oder hautnah erleben oder auch etwas geht einem unter die Haut. Es gibt ganz viele verschiedene Sprüche, die uns zeigen, dass die Haut nicht einfach nur unser größtes Organ ist, nicht einfach nur eine Hülle ist, sondern sehr viel mehr. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Folge erfährst du, was Achtsamkeit und Haut miteinander zu tun haben. Wir beleuchten einerseits, wie uns die Haut Feedback zu unserem Lifestyle gibt und andererseits, wie wir mit der Haut und damit ja auch mit uns selbst achtsam umgehen können. Und wenn es ja auch kein Beauty-Podcast ist, so bin ich mir sicher, dass du auch ein paar interessante Tipps hören wirst und vielleicht ja auch einige Mythen rund um die Haut. Zu Gast ist die Hautärztin, Dr. Sarah Bechstein. Sie betreibt mit zwei Kollegen einen digitalen Dermatologie-Service. Du wirst es gleich viel besser sagen können. Also sie macht Telemedizin. Das Unternehmen heißt Formel Skin und jetzt machen wir gemeinsam einen Podcast. Herzlich willkommen, Sarah. Danke, René. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. So, jetzt tu doch mal ganz professionell. Wie heißt dieser Service? Unser Service oder unser Unternehmen heißt Formel Skin und das haben wir 2020 gegründet. Und es heißt Dermatologie-Service. Genau, Dermatologie-Service. Ja, bevor wir dann gleich so richtig tief eintauchen und über die Haut sprechen, nimm dir doch mal einen Moment Zeit, um dich mit dem Thema Achtsamkeit zu verbinden. Wenn du einen Moment aus deiner Vergangenheit zurückspulen könntest, um ihn dann nochmal achtsamer zu erleben, welcher wäre es? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil ich in der Vergangenheit wirklich immer sehr hektisch war und mit vielen Sachen zeitgleich beschäftigt und dadurch, glaube ich, einiges an einem vorbeigerauscht ist. Und ich weiß nicht, man kennt das vielleicht manchmal, wenn man das Gefühl hat, dass man eine Situation gar nicht selbstständig erlebt, sondern eigentlich außerhalb ist und sich selber dabei beobachtet, weil man mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt ist. Also wenn ich daran denken würde, was hätte ich nochmal viel bewusster wahrgenommen, dann ist das eigentlich wirklich der Schritt, der mir auch extrem viel bedeutet, als wir damals Formel Skin gemeinsam gegründet haben, zu dritt. Das war für mich ein riesiger Schritt, weil ich bin aus der klassischen Medizin rausgegangen und habe eigentlich meinen Beruf komplett gewechselt. Und das ging so zack auf zack, dass ich eigentlich alles im Nachhinein nur noch blurry vor Augen habe. Und das hätte ich gerne viel achtsamer und bewusster erlebt. Und wenn die Dinge an uns vorbeirauschen, so wie du es gerade beschrieben hast, dann spüren wir sie ja nicht. Da haben wir vielleicht auch die Haut nochmal. Da gibt es gar keinen echten Hautkontakt mit den Dingen. Wo siehst du denn die Verbindung als Hautärztin zwischen Haut und Achtsamkeit? Also bei Hautpflege und auch gerade bei Problemhaut sind ja Routinen extrem wichtig. Und man weiß, eines der Hauptprobleme in der Dermatologie, gerade wenn es um Hauterkrankungen wie zum Beispiel Pickel, also Akne dann, Rosazia oder auch Neurodermitis geht, ist es extrem wichtig, eine gewisse Routine für die Haut zu haben. Und man weiß, zahlreiche Studien zeigen das. Wir haben super effektive Inhaltsstoffe. Die wirken aber nicht so gut, weil sie eben nicht richtig oder nicht lang genug angewendet werden oder unregelmäßig angewendet werden. Und am Anfang erscheint einem das vielleicht mühsam, dass man zum Beispiel sagt, Neurodermitika soll jedes Mal nach dem Duschen sich eincremen. Und dann denkt man so, Gott, also wenn ich an meinen Patienten sage, jeden Tag eincremen, viele sagen dann, oh Gott, das geht gar nicht nach dem Duschen und das dauert mir zu lange. Und dann klebt das an meiner Kleidung und meine Kleidung hat Flecken und zig Sachen, warum das eigentlich nicht geht. Aber man kann daraus eigentlich einen sehr, sehr schönen, achtsamen Moment machen, finde ich. Für mich ist zum Beispiel so, ich stehe jeden Morgen auf und habe immer meine selbe Hautroutine, nutze immer mein Reinigungsgel, immer meine Pflege, immer meinen Sonnenschutz, abends immer Reinigungsgel und meine Formel. Also ich benutze auch die Formel Skin Produkte, aber habe sozusagen meine eigene Routine. Und das ist der Moment, wo ich immer weiß, das ist so mein Tagesgerüst. So fängt mein Tag an und so hört mein Tag auf. Und das finde ich einen sehr schönen, achtsamen Moment, weil man sich dann eben entweder auf den Start des Tages vorbereiten kann oder eben auch auf das Zu-Bett-Gehen. Ich weiß, dass du ein ganz großer Fan von Sonnencreme bist und auch sagst, jeder sollte jeden Tag Sonnencreme nehmen. Und wir werden auch nochmal im Laufe der Folge ein bisschen genauer auf das Thema Sonnencreme schauen. Aber gerade als du es so beschrieben hast, habe ich mich doch schon ertappt gefühlt. Weil mir geht es ganz häufig so, dass ich denke, ach, diese Sonnencreme, die ist dann so fettig oder so ölig. Oder ich mag vielleicht den Geruch nicht und dann glänzt man irgendwie im Gesicht oder es klebt an der Haut. Ich kenne es auch noch so als Kind, so am Strand, so ein richtig dicker Flatschen Sonnencreme kommt dann so auf den Rücken. Und dann klebt der Sand da dran und irgendwie ist das so ein ekelhaftes Gefühl manchmal. Und kann ich gut nachvollziehen, dass Menschen, die dann eben auch Neurodermitis oder so haben, dann sagen, oh, immer mich eincremen und immer dran denken und da wirklich so eine Routine draus machen, dass das schwerfallen kann. Wir gucken auf jeden Fall nochmal genauer auf das Thema Sonnencreme. Was sind denn dann die Routinen, die man mit der Haut auf jeden Fall machen sollte, jeden Tag aus deiner Sicht? Also auf jeden Fall morgens das Gesicht reinigen und abends das Gesicht reinigen. Morgens einfach, weil man über Nacht teilweise schwitzt. Man liegt auf dem Kissen, sammelt sich trotzdem irgendwie Dreck auf der Haut, dass man das am nächsten Morgen abwäscht. Und abends natürlich bei Frauen häufig eben Make-up, dass das entfernt wird. Aber auch bei Männern über den Tag hat man eben viele Schmutzpartikel auf der Haut und dann natürlich auch vermehrt Talg, der produziert wird. Also auf jeden Fall reinigen morgens und abends. Dann Feuchtigkeit, denn durch die Reinigung entfernen wir auch den Talg. Das ist ja auf der einen Seite gewollt, auf der anderen Seite gibt der Talg unserer Haut ja auch einen gewissen Schutz und auch Feuchtigkeit. Das heißt, danach braucht die Haut auf jeden Fall Feuchtigkeit morgens und abends. Und morgens eben, wie auch angesprochen, immer dieser Sonnenschutz. Und das predigen ja alle Dermatologen, aber da ist tatsächlich was dran, weil nichts schadet mehr unserer Haut als die Sonne. Und das sieht man leider auch erst in späteren Jahren, beziehungsweise wenn man fängt es schon an, ab dem 30. Lebensjahr zu sehen, wer regelmäßig Sonnenschutz benutzt hat und wer eigentlich nicht. Und das sieht man an kleinen Fältchen, an Hyperpigmentierung, also Lichtschäden auf der Haut und im höheren Alter dann natürlich auch an Hautkrebs und vermehrt Fleckenbildung auch im Gesicht. Haut reinigen? Reicht einfach jetzt Wasser oder brauche ich da ein Produkt aus deiner Sicht? Also da sollte man schon ein Reinigungsgel benutzen, sei denn man hat extrem empfindliche Haut, dann ist auch Wasser in Ordnung. Auf keinen Fall Duschgel, habe ich auch schon von vielen Patienten, häufig männliche Patienten, um das jetzt mal das Klischee zu erfüllen, gehört, dass sie Duschgel benutzen, weil das ist nicht pH-konform mit der Gesichtshaut, aber dann eigentlich ein Reinigungsgel oder wenn man wirklich eine empfindliche Haut hat, eine Reinigungsmilch. Und in deinen Erklärungen gerade eben schon hast du ein Wort benutzt, was für dich als Hautärztin sicherlich ein ganz normales Wort ist und vielleicht auch für einige Menschen zu einem ganz normalen Wort geworden ist, aber vielleicht auch schwierige Emotionen auslösen kann, nämlich Problemhaut. Also Menschen gehen ja durch die Welt und sagen, ich habe eine Problemhaut oder sie kriegen vielleicht auch die Diagnose plötzlich, du, sie haben eine Problemhaut. Und da sind wir ja auch noch mal mit dem Thema Achtsamkeit im Kontext. Was ist denn da so deine Erfahrung? Wie gehen Menschen denn mit Hautproblemen um? Oft gibt es ja um Schamgefühle eben auch. Das Gesicht ist ja etwas, was wir immer sehen, also das verdecken wir ja irgendwie nicht. Den Arm können wir verdecken, wir können uns entscheiden, ob wir kurze Hosen, Rock anziehen oder so, aber das Gesicht ist da. Und wenn da Hautprobleme sind und man eine Problemhaut hat, dann sieht das plötzlich jemand. Was sagst du da so deinen Patientinnen und Patienten? Also ich selber habe auch eine Geschichte von Akne, hatte als jugendliche Akne, so bin ich eigentlich auch zur Dermatologie gekommen, weil mich das extrem beschäftigt und ich auch sehr darunter gelitten habe. Und ich weiß noch, damals habe ich gedacht, mir ist eigentlich alles andere egal, ich möchte nur, dass meine Haut gut ist. Weil ich habe im Spiegel geguckt, habe jeden Morgen wach geworden, habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich hier schon wieder einen Pickel, da einen Pickel, bin nur noch mit einem Abdeckstift durch die Gegend gelaufen und auch wirklich alle halbe Stunde teilweise auf die Toilette, um das abzudecken, weil man das selber ja so schlimm empfindet und teilweise ja auch die Sprüche von außen kommen. Also es gibt ja schon Sachen, die dann gesagt werden wie, warum ist denn deine Haut so schlecht, wäschst du dich nicht richtig oder Mensch, du wärst ja eigentlich ganz hübsch, aber deine Haut ist so schlecht. Und das trifft einen natürlich enorm, weil man ja selber einfach gar nichts dafür kann und auch nicht weiter weiß. Ja und das hat ja ein Mitschüler wirklich über dich damals gesagt in der Schule, die ist ja eigentlich ganz hübsch, die Sarah, aber die hat ganz schön viele Pickel. Die hat so viele Pickel, genau. Das weiß ich auch noch, man hat ja manchmal so Sätze im Leben, die einen sehr prägen, das hat mich wirklich sehr geprägt und ich hatte dann zum späteren Zeitpunkt auch nochmal Hautprobleme, das war dann, da war ich schon als Ärztin tätig, junge Ärztin, war mein erster Job, war 24, hier in der Charité in Berlin, habe die Akne-Sprechstunde gemacht und hatte auf einmal wieder Unreinheiten, weil ich die Pille abgesetzt hatte damals und das ist ja auch häufig, man hat eine neue hormonelle Verhütung, setzt hormonelle Verhütung ab, dass dann wieder Unreinheiten kommen. Damals habe ich gedacht, oh Gott, ich mache jetzt hier Akne-Sprechstunde, habe aber selber Unreinheiten, mich nimmt ja keiner ernst, das ist ja meine Visitenkarte, jeder guckt mir auf die Haut, also man setzt sich da wahnsinnig selbst auch unter Druck und ich wurde damals mit Individualrezepturen behandelt, also es sind dann Rezepturen, die in der Apotheke hergestellt worden sind und meine Oberärztin hat mich damals begleitet und es hat sehr gut geholfen, aber ich habe eine extreme Verbindung zu meinen Patienten, weil ich das eben selber auch durchlebt habe und das war sehr schön, als wir angefangen haben mit Formalskin, weil ich natürlich auch, das ist jetzt was Neues, was ich mache, ist das das Richtige, was ich mache, hilft das wirklich meinen Patienten und war natürlich auch viel Stress und dann kamen so die ersten Geschichten von Patientinnen oder wo wir auch auf Instagram verteckt wurden, wo die gesagt haben, ja, ich wurde die ganze Zeit gefragt, warum ist meine Haut so schlecht, danke Formalskin, ihr habt mir geholfen. Oder eine andere Patientin meinte, ich habe mich nicht getraut, bei meinen Freundinnen zu übernachten, weil die sollten mich nicht ungeschminkt sehen. Eine andere, die meinte, ich habe immer nur bei meinem Freund geschlafen mit einem Abdeckstift unterm Kissen, damit er mich bloß nicht ungeschminkt sieht. Also es macht extrem was zu einem und ich sage auch immer, wir behandeln nicht nur die Haut, sondern wir geben den Leuten irgendwie Lebensqualität zurück, aber auch deren Selbstwertgefühl, weil es macht auch was mit dem Selbstwertgefühl, dass man einfach nicht so selbstsicher durchs Leben geht, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwas im Gesicht ist nicht in Ordnung. Diese Oberärztin hat dich ja nicht nur begleitet mit diesen ganzen Cremes und was du denn alles bekommen hast, sondern sie war es ja auch, die dich dann eben angesprochen hat darauf, also dieser Gedanke, meine Haut ist meine Visitenkarte und ich als Ärztin habe selber Hautprobleme, bin ich glaubwürdig oder so? Das war ja nicht mal unbedingt nur ein Gedanke, den du hattest, sondern den hat sie dir ja auch gegeben. Von daher vielleicht doch nochmal diese Frage, ist es wirklich so, dass wir Probleme mit der Haut haben oder eher Probleme mit Erwartungen, mit unserem Bild voneinander? Ich glaube beides, weil ich finde es ganz faszinierend, auch bei mir in der Sprechstunde, sind häufig Patienten, die kommen zum Beispiel für ein Hautkrebs-Screening. Dann mache ich das Hautkrebs-Screening und kommentiere aber auch immer alles andere, was ich sehe. Natürlich, weil es mir eben auffällt, wenn jetzt jemand zum Beispiel Unreinheiten hat, dann sage ich, ja, ich sehe jetzt hier deine Haut, du hast Akne oder Unreinheiten oder sie haben eine Rosazia. Manchmal du es für uns, manchmal sieht es für uns, je nachdem. Und manche sagen dann wirklich, okay, ja stimmt, weiß ich, kriege ich seit Jahren nicht in den Griff, ist okay. Aber die Mehrheit eigentlich sagt, ja, vielen Dank, das stimmt, können wir das bitte mitbehandeln? Und ich glaube, viele trauen sich gar nicht, das selber auch so offen anzusprechen, weil da trotzdem paradoxerweise so ein großes Schamgefühl ist, dass man das selber auch vom Hautarzt gar nicht richtig anspricht teilweise. Aber eigentlich ja komisch, weil man sieht es ja auch gerade im Gesicht, also diese Hautrötungen, die du angesprochen hast oder Akne und selbst wenn es überschminkt ist, du als Hautärztin hast ja sicherlich Adleraugen. Und erkennt es natürlich auch, wenn Akne darunter ist. Warum gibt es trotzdem Scham bei so ganz offensichtlichen Dingen? Warum sprechen Menschen das nicht an? Ich glaube, wenn man doch irgendwie das Gefühl hat, also ich gerade glaube ich, der Begriff Akne ist sowas, der sehr stigmatisierend ist. Deswegen, ich sage auch immer gerne Unreinheiten, weil ich finde, bei Akne hat man immer gleich irgendwie das Gefühl, oh Gott, ich habe Akne, ich habe Narben. Das kann auch alles passieren und das gibt es natürlich auch, aber es sind ja manchmal auch einfach kleine Unreinheiten, die einen ästhetisch sehr stören. Und interessanterweise ist es da auch so, es gibt Leute, die haben schwerwiegendere Hautunreinheiten, die stören das gar nicht so. Und dann gibt es Leute, die haben das minimal und die finden das ganz, ganz schlimm und haben ein großes Schamgefühl und sprechen das dann weniger an. Also ich glaube, es hängt immer ganz von einem persönlich ab. Ich glaube, auf der anderen Seite wird uns auch zunehmend von außen ein falsches Hautbild vermittelt. Wenn man jetzt Social Media, Instagram aufmacht, sich die Bilder anguckt und auch Filter und Storys anguckt, jeder hat irgendwie vermeintlich eine perfekte Haut. Und ja, dann zeigt mal jemand einen Pickel, aber dann gibt es mal wieder dieses Woke up like this und man sieht total toll aus. Und wenn man dann wirklich mal irgendwo steht und sich umguckt, obwohl Leute auch jetzt nicht mal mit Problemhaut sind, aber gerade im Sommer, da sieht man ja wirklich alles. Da hat keiner eine perfekte Haut. Also es ist einfach so, es gibt diese perfekte Haut nicht. Babys, die auf die Welt kommen, die haben in der Regel eine perfekte Haut, weil einfach alles ganz neu und jung ist und sich schnell regeneriert. Aber ich glaube, da wird einfach auch ein ganz falsches Bild mittlerweile in unserer Gesellschaft geschaffen, wie jetzt perfekte Haut auch zu sehen hat. Ja, also diese ganzen Filter, die wir haben. Make-up ist ja schon fast lächerlich oder jetzt auch diese ganzen KI-Sachen, was wir da jetzt auch für Menschen sehen, auch Werbeplakaten oder auch sogar in Videos. Ich habe gestern auch bei Instagram ein Video gesehen, wo ein Mensch, den ich auch kenne, gar nicht wirklich da was gerade erzählt hat, sondern er hat irgendwie eine KI genutzt und er hat einfach den Text eingegeben und die hat für ihn gesprochen. Und die macht natürlich noch hier und da irgendwelche kleinen Veränderungen, dann eben auch beim Hautbild und am Ende gucken wir so in den Spiegel und denken, mit uns stimmt irgendwas nicht, weil alle anderen sind doch so schön und nur wir haben diesen Pickel. Ich will vielleicht gerne nochmal zurückgehen mit dir in deine Schule und nochmal so in diese Situation. Die Teenager Sarah hat Akne und schminkt sich ganz viel, geht ständig auf Klo, hat den Pickelstift als besten Freund irgendwie dabei. Sie hört Kommentare von anderen, es gibt so eine Unsicherheit. Und abgesehen von diesen ganzen kosmetischen Sachen, wo du dann sicherlich ab einem gewissen Punkt viel gelesen hast und vielleicht auch Tipps bekommen hast von Freundinnen und so weiter, hattest du noch andere Strategien, wie du umgegangen bist mit dieser Problemhaut? Also was hat dir denn abgesehen vom Pickelstift geholfen, selbstbewusst zu sein, zu flirten, dich irgendwie gut zu finden, wenn du in den Spiegel geguckt hast? Jetzt muss man natürlich sagen, das Teenager-Alter ist jetzt ja auch häufig ein Alter, bei dem man nicht so selbstsicher ist, unabhängig dann auch von den Hautproblemen. Also ich war auf jeden Fall sehr unsicher, war aber auch ein sehr introvertiertes Kind und dann auch ein sehr unsicherer Teenager. Ich habe damals super viele so Mädchenzeitschriften gelesen, was man alles machen kann. Hab da natürlich auch, jetzt reden ja alle über diesen gefährlichen Trend Sephora-Kids. Also ich habe vor 20 Jahren damals schon mein ganzes Taschengeld für Schminke und Kosmetika ausgegeben, weil ich irgendwie dachte, das hilft mir alles, im Nachhinein total blöd. Und habe auch eine Zeit lang jeden Abend Buttermilch getrunken, hat mir überhaupt nicht geschmeckt, aber ich hatte irgendwo gelesen, das hilft mir jetzt gegen Unreinheiten. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert, da gab es ja jetzt auch noch nicht so viel Internet damals, deswegen habe ich alles aus irgendwelchen Zeitschriften gehabt. Und irgendwann hat meine Mutter dann gesagt, komm Sarah, wir gehen jetzt mal zum Hautarzt. Und dann waren wir beim Hautarzt und das war das erste Mal, wo ich auch was bekommen habe, was mir dann auch geholfen hat. Das war auch eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, ich finde das super spannend, ich würde eigentlich auch gerne Dermatologin werden, weil ich der Dermatologin damals so dankbar war. Die hat ja dann wirklich in dem Moment schon auch mein Leben verändert, weil klar, meine Haut war nicht perfekt. Ich hatte immer noch mal hier und da einen Pickel, aber es war halt nicht mehr so schlimm. Und da habe ich mich dann viel selbstbewusster gefühlt und viel besser gefühlt. Ich muss so ein bisschen schmunzeln jetzt, wo wir miteinander sprechen, weil ich finde, man merkt, eine Dermatologin und ein Psychologe reden miteinander. Ich will so gerne hin zu diesen Themen, so was sind deine Stärken und keine Ahnung, ich habe Humor und bin wertvoll oder ich habe irgendwie tolle Freundinnen und wir haben eine gute Zeit und das Aussehen ist nicht alles oder so. Und klar, mit 16, 17 ist das auch nochmal vielleicht eine andere Hausnummer, aber eigentlich ist es ja auch dann im Erwachsenenalter so. Also unsere Haut verändert sich, wir kriegen Falten, Zellulite kommt, Haarausfall, also ganz viele Themen, die uns ja auch mit unserem Aussehen beschäftigen können. Und du hast ja auch diese Welt gerade angesprochen, in der wir leben, wo das Aussehen so eine große Rolle spielt und wo das echte Aussehen häufig ja gar nicht so in unserem Blickfeld kommt, außer wir gucken in den Spiegel. Aber ansonsten haben wir immer so ein falsches Bild von der Schönheit und irgendwie brauchen wir, abgesehen von Cremes und so, auch noch ein paar andere Strategien, um tatsächlich zu sagen, hey, ich bin wertvoll, vielleicht finde ich mich sogar schön mit der Akne, mit dem Haarausfall, mit der Zellulite oder was auch immer. Und dass man ja irgendwie auch ein wertvolles Leben mit Akne oder so, mit Neurodermitis oder so hinbekommt. Ne, da hast du völlig recht und das stimmt auch, also um Gottes Willen, man hat auch mit Hauterkrankungen, hat man natürlich, ist man wertvoller Mensch und hat ein wertvolles Leben und ich selber habe auch immer noch Unreinheiten. Ja, also halt, das sieht man jetzt nicht so, aber es kommt immer wieder auch Pickel und Dekolleté und das ist mir mittlerweile auch alles egal, wo ich glaube ich früher gesagt hätte, das wäre schlimmer. Ich glaube in den Momenten, ich denke es ist ja immer so, ich glaube Selbstwertgefühl, Teenager-Alter war bei mir eher niedrig, kam aber dann, wurde auch besser. Aber ich glaube man hat ja, jeder Mensch hat immer wieder Momente, wo das Selbstwertgefühl mal irgendwie gerade unten ist. Und sei es aus welchem Grund auch immer und dann fühlt man sich auf einmal wegen irgendwelchen Sachen nicht wohl. Das muss ja nicht mal die Haut sein, das kann irgendwas anderes sein. Das kann irgendwie sein, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Hose setzt heute enger oder es kann sonst was sein, was einem anderen Moment total egal ist. Und ich habe immer das Gefühl, was mir hilft, so mein Selbstwertgefühl zu steigern, sind Sachen, die man gemacht hat oder erreicht hat. Und das muss jetzt gar nicht ein großes Erfolgserlebnis sein, das kann sein, ich gehe jetzt irgendwie in den Wald und zerhack irgendwie in einen Baumstamm und sage, okay, das habe ich jetzt gemacht, das ist mein Werk und das habe ich jetzt irgendwie geschaffen. Oder ich male ein Bild, kann überhaupt nicht malen, aber halt irgendwas, was man dann wieder erschaffen hat und sagen kann, hier, das war ich, da bin ich stolz drauf und das habe ich jetzt gemacht. Und ich glaube, solche Aufgaben, also mir hilft das immer sehr, dann zu sagen, hey, das war doch was Gutes, Sarah, es geht weiter und ich fühle mich jetzt wieder gut. Ja, voll schön. Und auch so ein schönes Bild, immer wenn die Akne nervt, gehst du in den Wald und haust da Bäume um. Ja, oder man bewegt sich, finde ich. Oder was ich jetzt manchmal auch mache, wenn ich sage, okay, mir war jetzt irgendwie alles zu viel. Ich mache gerne auch so Klangschalenmeditationen, wo man einfach sich selber auch wieder spürt. Das hilft ja auch total, wo man wieder ins Eins mit sich kommt und nicht diese ganzen Faktoren von außen hat, die ihn dann innerlich beeinflussen. Voll. Und jetzt, das war eigentlich auch so ein bisschen das, was ich mir irgendwie auch gewünscht habe, weil wir haben ja häufig dieses Bild, wir sind das Problem oder ich bin nicht schön genug oder, oder, oder. Und ich brauche jetzt irgendwas im Außen, was mich jetzt schöner macht. Und sei es jetzt der Filter oder sei es eine ganz dicke Schicht Make-up oder eine Operation oder was auch immer irgendwie am Ende des Tages. Und ja, auch Strategien zu haben, wie diese Klangschale oder so, Bäume umschubsten im Wald, irgendwie was auch immer. Hauptsache am Ende des Tages kann man sagen, hey, es gibt auch noch andere Sachen oder ich kann auch stolz auf irgendwas sein, trotz dem größten Pickel der Welt, der auf meiner Nase ist oder so. Und trotzdem gehe ich zum 80. Geburtstag vom Opa hin oder so und sage jetzt nicht ab. Das war ja auch nochmal ganz wichtig. Und ich hatte auch Agne als Teenager ganz schlimm, Stimmbruch und Agne gleichzeitig. Und dann war ich irgendwie auch einmal die Woche bei der Hautärztin und in irgendeinem Zimmer war dann so eine Kosmetikerin, glaube ich, die dann so diese Pickel bearbeitet hat. Und am nächsten Tag in der Schule sah ich nochmal viel schlimmer aus als vorher, weil das natürlich alles ganz rot erstmal wird, wenn da dran gearbeitet wurde. Aber ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Aber das waren dann auch schwierige Gänge zur Schule. Und dann gibt es diese ganzen Streuselkuchensprüche, die man dann so hört. Und das nagt natürlich gerade so in dieser Zeit einen ein. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ich als Mann ganz Glück habe. Die Agne, die geht dann irgendwann auch weg nach der Pubertät und die meisten Männer sind dann auch verschont. Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Da kann die Agne ein größeres Thema sein. Warum ist es so verschieden zwischen Mann und Frau? Also im Teenager-Alter sind beide gleichermaßen betroffen, weil eben beide Geschlechter, die Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und das stimuliert die Talgdrüsen und das kann dann eben zur Agne führen. Nach dem Teenager-Alter oder halt auch darüber hinaus, dann so Anfang 20, sind vor allem die Frauen betroffen. Und das liegt daran, dass wir natürlich hormonellen Schwankungen unterlegen sind. Einmal zyklusbedingt. Kurz vorm Einsetzen der Periode kommt es wieder zu einem Progesteron hoch. Und dann ist es so, dass, also zu einem Androgen hoch und dann werden diese Androgene stimulieren. Eben unsere Talgdrüsen auch wieder mehr. Es kommen vermehrt zu Unreinheiten. Dann diese ganzen Pille absetzen und Unreinheiten. Das passiert auch häufig, weil in den Pillen sind Gestagene drin. Die unterdrücken die männlichen Hormone bei den Frauen. Danach kommt es zu einem Überschuss. Also das ist auch ein ganz häufiges Thema. Und wir haben natürlich Schwangerschaft, Stillzeit, irgendwann Menopause. Also diese ganzen hormonellen Schwankungen, die Frauen unterlegen sind, können sich alle, also müssen nicht, aber können sich alle auf die Haut auswirken. Und da sind Männer natürlich mehr verschont. Und warum das Männlichkeitshormon bei Frauen zu pickeln führt und bei Männern, ich habe ja auch dieses Hormon, warum führt das bei mir nicht zu pickeln? Also bei Frauen führt ein starker Testosteronüberschuss tatsächlich zu pickeln, bei Männern nicht. Ich glaube, das liegt einmal daran, wir haben, also die Männerhaut ist ja auch anders als die Frauenhaut. Die Männerhaut hat mehr Kollagen, die ist auch robuster grundsätzlich als die Frauenhaut. Frauen kriegen auch eher so feinere Fältchen, während Männer später eher tiefere Fältchen kriegen. Daran sieht man das zum Beispiel. Und die haben auch grundsätzlich nicht so viele Talgdrüsen. Das heißt, wenn man die Talgdrüsen bei den Frauen, wäre natürlich viel mehr dadurch stimuliert, kriegen viel mehr Akne. Und die sind auch viel empfindlicher auf die Hormone. Deswegen gibt es bei Frauen diesen Begriff der hormonellen Akne, der dann eben im Bereich Kinn auftritt, Kinn- und U-Zone, also was so ein Kieferwinkel ist. Wobei ganz streng genommen ist jede Akne eigentlich irgendwo auch hormonell. Das heißt, was kann man jetzt tun, wenn man von Akne geplagt ist? Also die Frage ist natürlich, stört einen das oder stört einen das nicht? Es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, hier, ich habe jetzt mal da einen Pickel, das ist jetzt auch okay und das gehört zu mir. Und ich denke, das ist auch das Normale. Wenn man sagt, ich kriege jetzt hier vor meiner Periode einmal einen Pickel, dann mache ich da einen Pickelpatch drauf oder auch nicht. Und dann ist es auch okay. Aber wenn man wirklich darunter leidet, dann würde ich immer empfehlen, tatsächlich zu einem Hautarzt zu gehen, der sich einmal die Haut anguckt, mit einem gemeinsamen Hautroutine entwickelt. Weil viele haben auch noch gar keine Routine. Also bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich überhaupt eine Hautroutine hatte und mich dann auch daran gehalten habe und geguckt habe, wie wichtig ist das überhaupt. Und dann kann man gucken, welcher Wirkstoff ist denn eigentlich am besten für die Haut individuell und dann gemeinsam einen Plan entwickeln. Weil das ändert sich ja auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt deine Lösung für immer, sondern unsere Haut verändert sich, je älter wir werden. Unsere Haut verändert sich auch, wie wir zu Unreinheiten neigen oder eben Neurodermitis verläuft ja ganz klassisch in Schüben, ist auch abhängig davon, ist es jetzt Winter oder Sommer, sind wir gestresst oder nicht. Also Stress wirkt sich ja enorm auf die Haut aus. Man sagt ja nicht umsonst, die Haut ist der Spiegel der Seele. Also Stress kann sich da extrem drauf auswerten und das sollte man am besten mit einem Hautarzt besprechen. Und da sind wir auch wieder bei der Achtsamkeit. Warum ist es so, dass wenn ich Stress habe, Ängste, Sorgen, Deadlines, die näher rücken und dann vielleicht dieses Gedankenchausel losgeht, warum reagiert meine Haut darauf? Was passiert da im Körper? Das ist ja auch das Stresshormon Cortisol, was ausgeschüttet wird. Über das wird ja jetzt auch sehr viel gesprochen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stressig ist, auch zu wenig Schlaf, zu viel Stress. Und das Cortisol wirkt sich dann eben auch auf die Haut aus und führt dazu, dass wir dann entweder einen Schub von der Neurodermitis auch haben. Oder eben einen Schub auch von der Akne. Und muss man sich das so vorstellen wie so eine Nebenwirkung von dem Cortisol? Oder ist das eine Funktion? Weil vieles, wie unser Körper reagiert, zum Beispiel eben Halsschmerzen oder Kopfschmerzen oder Fieber, was wir immer weg haben wollen, hat ja oftmals eben auch eine Funktion. Also die Schleimhaut bildet sich gerade neu oder das Fieber sorgt dafür, dass eben das Immunsystem angekurbelt wird. Dass dieses Hautbild sich verändert, hat das irgendeine Funktion aus der evolutionären Sicht irgendwie? Oder ist das einfach eine Nebenwirkung? Das ist eine Nebenwirkung. Also tatsächlich eine Nebenwirkung hat keine Funktion. Das ist eine Nebenwirkung. Ich meine, das Cortisol macht ja auch dieses Fight or Flight. Also wir sind bereit und haben ja früher auch gebraucht, dass wir dann bereit waren, wenn jetzt irgendwie ein böses Tier kam, dann irgendwie schnell wegzurennen. Und tatsächlich, jetzt sind wir sehr in der Endokrinologie drin. Es ist ja so, dass die alle auch in der Nebennierenrinde gebildet werden und auch eben die Androgene. Ja, da müsst ihr jetzt aber nochmal genau reingucken, wie die ganzen Kreisläufe sind. Aber es ist tatsächlich eher eine Nebenwirkung. Und ich fand es ganz interessant. Ich war ja vor zwei Wochen auf der Abschiedsvorlesung von meinem alten Chef und der war jahrelang in der Dermatologie tätig, Professor Kaufmann. Koryphäe in der Dermatologie. Und er hat gesagt, unsere Aufgabe ist es, die Langweiligkeit der Hülle zu erhalten. Und er meinte ja, ja, in Flora und Fauna, das fand ich sehr schön. Da findet man alles toll. Da findet man Farben toll, da findet man Blumen toll. Alles, was anders ist, findet man toll. Nur bei der Haut irgendwie nicht. Da wollen wir, dass es alles ganz langweilig und platt ist. Ja, das ist ein schönes Bild. Und vielleicht können wir ja mit dieser Folge so ein bisschen auch dazu beitragen, dass wir auch die roten Dinger, die dann so aufkommen oder andere Sachen, eben gar nicht als Problem empfinden. So ein bisschen ist es jetzt ja auch tatsächlich in der Modelwelt. Also Pigmentstörungen, auch wieder so ein Begriff. Der war ja lange verpönt und da konnte niemand ein Model mehr mit werden. Und dann hat sich das irgendwann geändert. Oder eben auch Models, die auch Zellulite haben. Models, die nicht so dünn sind wie so ein Besenstiel oder so. Also wir haben ja auch plötzlich ein überarbeitetes Bild und finden ja irgendwann auch Dinge dann schön, wenn wir eben auch Dinge mal anders präsentiert bekommen und dann eben auch sehen, naja, das ist ja auch schön. Das muss ja gar nicht immer nur so sein, wie es uns jahrelang gezeigt worden ist. Ja, das ist ja auch cool. Da gibt es ja auch immer diese Diskussion um Narben. Viele finden ja Narben auch ganz hässlich. Und ich finde das eigentlich immer sehr schön, weil das erzählt ja auch eine Geschichte. Und das macht uns ja auch irgendwo als Individuum aus. Genauso wie man irgendwo ein Pigmentmal hat. Das ist ja irgendwie schön, weil es ist wie eine Landkarte. Und das ist unser Erkennungsmerkmal. Und es wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich aussehen würden. Nur teilweise wird einem ja auch gerade durch diese vielen ästhetischen Behandlungen, die durchgeführt werden, auch so ein Schönheitsideal vermittelt. Das wird ja auch leider immer mehr, wo man denkt, so muss ich jetzt aussehen. Und das sollte ja gar nicht so sein. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass wir alle anders aussehen und dass man uns auch an bestimmten Merkmalen erkennt. Ja, Narben können auch bei Akne entstehen. Kannst du uns da einmal kurz erklären, was ist der Grund dafür? Sollte man Pickel nicht ausdrücken? Die Tendenz haben ja ganz viele Menschen. Und wenn ich an meine Pubertät zurückdenke, dann natürlich auch. Gerade wenn es dann schon so einen Status hat, wo man denkt, ist mir jetzt unangenehm, weil es sieht schon aus wie so ein zweiter Kopf, der da dran ist. Also man muss ja sich mal überlegen, wie entsteht eine Narbe? Und das ist so, wir haben eine Oberhaut und eine Unterhaut. Und wenn die Unterhaut geschädigt wird, also die Dermis ist die tiefere Haut, dann kommt es zu einer Narbenbildung. Und diese Narbenbildung ist dann auch irreversibel. Das heißt, da wird auch nicht wieder normale Haut da sein können. Da kann man dann, wenn es einen stört, noch irgendwie versuchen, ein paar Sachen zu machen, dass es besser wird. Aber es ist grundsätzlich erstmal eine Narbe. Das heißt, wenn man wirklich tiefe Entzündungen hat und da manipuliert, dann kann es zu Narben kommen. Teilweise sind aber wirklich bei einer sehr, sehr, sehr schweren Akne gar nicht mal die Manipulation notwendig, sondern die Entzündungen sitzen so tief, dass sie wirklich auch narbig abheilen. Wenn jetzt tatsächlich oberflächliche Unreinheiten sind und man sieht, dass es irgendwie reift, da ist ein bisschen Eiter, dann kann man natürlich mit desinfizierenden Händen und dass sich das leicht löst, das auch ausdrücken. Das macht, glaube ich, sowieso jeder so ein bisschen. Aber man sollte halt nicht daran stark manipulieren, weil dann kann es eben wirklich zu Narben kommen. Oder im schlimmsten Fall, auch wenn es wirklich tiefe Entzündungen sind, zu einer Bakteriemie. Das heißt, die Entzündung wird verschleppt. Also Horror-Szenarien. Aber es kann tatsächlich auch, wenn es im Bereich der Nase ist, eine tiefe Entzündung, auch im schlimmsten Fall zu einer Hirnhautentzündung kommen, weil die Bakterien dann aufsteigen. Oha. Jetzt hast du gerade Finger gesagt. Ich habe immer Klopapier genommen. Das war falsch, oder? Nee, ist schon gut, besser Kosmetiktücher zu nehmen. Tatsächlich, weil in den Händen ist so viel Dreck dran, dass es besser ist, so Kosmetiktücher zu nehmen. Und natürlich vorher Haut desinfizieren, weil mit den Fingern oder auch Fingernägel, da ist, auch wenn wir die jetzt gewaschen haben, grundsätzlich die Finger sind, eigentlich ist da so sehr viel Dreck dran. Und wenn ich mir jetzt aber irgendwelche Abdecksachen rüber mache oder eben auch ganz viel Make-up, ist das nicht kontraproduktiv, weil die Haut dann jetzt so ganz laienhaft, Küchenhautärzte-Philosophie, dass die dann nicht atmen kann und dann darunter richtig, richtig krass verstopft unter Make-up? Oder kann man Make-up rüber machen? Nee, man kann ruhig Make-up benutzen. Und es wird auch selbst in Leitlinien empfohlen, als Camouflage, als eine der Behandlungsmethoden. Und da ist wichtig, dass man einen Concealer zum Beispiel benutzt, so einen Camouflage-Stift, der wirklich auf der Haut aufsitzt. Also es gibt schwierige, als wenn das so dicke Make-ups sind, die dann wirklich in die Haut eindringen. Aber wenn es was ist, wie zum Beispiel Camouflage, Concealer macht man drauf, darüber Puder, das sitzt ja locker auf der Haut auf, kann man wieder abwischen und das ist dann auch kein Problem. Und ich sage auch immer, man soll das gerne abdecken, also wenn man das möchte. Weil wenn man sich nicht wohlfühlt, warum sollte man das denn nicht tun? Weil es macht jetzt keinen riesigen Unterschied. Okay. Dann schauen wir mal auf das Hautbild oder der Hauttyp. Ich habe bei dir gelernt, schon im Vorgespräch, dass es nicht nur einen Hauttypen gibt, sondern auch einen Hautzustand und dass die Gefahr ist, dass man das verwechseln kann. Vielleicht kannst du hier nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also Hauttyp, jetzt ganz streng genommen, sagt man ja, ist der Hauttyp eigentlich der Hauttyp bei der Dermatologie nach Fitzpatrick und das geht danach, sind wir ein heller Hauttyp oder ein dunkler Hauttyp. Da gibt es eins bis sechs. Eins ist ganz hell, sechs ist ganz dunkel und danach richtet sich so ein bisschen, wie viel Sonne wir vertragen, was für einen Sonnenschutz wir nehmen sollten, wie grundsätzlich unsere Haut sich verhält, zum Beispiel dunklere Haut, neigt nicht zu sehr zur Rötung, sondern das präsentiert sich eigentlich eher meistens auch bräunlich. Bei heller Haut kriegt man eben sehr schnell einen Sonnenbrand, ist viel lichtempfindlicher, viel höheres Risiko für Hautkrebs. Dann sagt man nochmal, gibt es viele, was im Umgangssprache der Hauttyp ist, wo man dann eben entscheidet, ölig, trocken und sensitiv oder doch Mischbild, da hat man auch beides. Und dann gibt es natürlich den Hautzustand, wie ist mein aktueller Hautzustand. Der ist gar nicht vom Hauttyp abhängig, aber wie, in welchem Zustand befindet sich meine Haut eigentlich gerade in dem Moment und darauf würde man dann auch die Hautroutine anpassen. Und das heißt, die Hautroutine, würdest du sagen, muss immer ganz super individuell sein? Oder könnte man sagen, jemand, der eine trockene Haut hat, da könnte man ganz grob das empfehlen. Jemand, der eine ölige Haut hat, könnte man grob das empfehlen. Oder lohnt sich da, sicherlich lohnt sich immer der genaue Blick, aber kann man das auch pauschal schon auch empfehlen? Also man kann das natürlich grob empfehlen, nur meistens ist es ja gar nicht nur ölig, trockensensitiv, sondern zum Beispiel ölig mit Rötungen, trocken und hat irgendwie trotzdem Unreinheiten oder sensitiv und hat jetzt Hyperpigmentierung. Also wenn da noch ein Problem, in Anführungsstrichen, dazukommt, dann würde man natürlich individueller darauf eingehen. Okay. Und durch Cremes und durch alle möglichen Sachen kann man Falten tatsächlich reduzieren? Ich hatte irgendwie die Idee häufig, dass Falten eigentlich ganz viel mit dem Lifestyle zu tun haben, im Sinne von Nahrung und Rauchen und auch Schlafen und Stress natürlich. Und dass eben da, wo die Haut überhaupt nur empfänglich ist für die Creme, das ja eigentlich nur so ein ganz kleiner Millimeterbereich ist. Kannst du uns das noch mal so ein bisschen genauer erklären? Also es ist so, dass natürlich Sonneneinstrahlung und Rauchen, hast du schon gesagt, und auch Lebensstil, natürlich wenig Schlaf, Stress, sich extrem auf die Haut auswirken. Das kann, also Sonne und Rauchen und Stress sind das, was wirklich die meisten Falten macht und natürlich eine genetische Komponente. Also wir haben natürlich auch alle, sind genetisch anders. Manche kriegen früher Falten, manche später und die können genau den gleichen Lebensstil haben. Es gibt aber tatsächlich Inhaltsstoffe, die gegen Falten wirken und das sind die Retinoide, also das Vitamin A. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das war ein Zufallsbefund. Retinoide werden lange schon in der Behandlung von Unreinheiten und Akne eingesetzt und irgendwann hat man festgestellt, irgendwie scheint das auch kleine Fältchen zu reduzieren. Und dann hat man gesehen, ah, diese Retinoide oder Vitamin A-Säure, da gibt es verschiedene von irgendwie Retinal, Retinol, Isotretinoin, Tretinoin, also verschiedene Stärken. Die führen eigentlich dazu, dass die Zellerneuerung angeregt wird und die tragen leicht die oberste Hautschicht ab. Also die oberste Hautschicht besteht aus abgestorbenen Hautzellen und dadurch, dass es abgetragen wird, kommen die ganze Zeit auch neue Zellen nach oben und dadurch können eben leichte Fältchen auch reduziert werden. Und kann ich jetzt aber auch eine Vitamin A-Tablette schlucken oder Möhren jetzt ganz für Essen und das ist genauso? Oder muss ich mir schon die Möhren ins Gesicht legen oder die Creme irgendwie benutzen? Also genau, Vitamin A ist nicht gleich Vitamin A-Säure und man kann auch Vitamin A-Säure als Tablette zu sich nehmen. Allerdings, ist das verschreibungspflichtig, hat sehr viele Nebenwirkungen, wird bei der schweren Akne eingesetzt. Das sind, kennt man vielleicht, O-Akkutan, Akdenormin und so und das würde man jetzt nicht zur Antifaltentherapie einsetzen. Also schon etwas, was als Creme da ist und was man dann auf die Haut schmiert. Ja. Okay. Und als ich so Teenager war, vielleicht du ja auch ungefähr so in diesem Zeitraum, da gab es ja gar nicht so Druckeriemärkte. Ich glaube, so Rossmann war irgendwie ein einziger, den ich da irgendwie mal bei uns in Berlin gesehen habe, sondern man kaufte irgendwie in der Apotheke vielleicht mal eine Creme oder vielleicht auch irgendwie bei Kaisers, was es damals gab und heute gibt es ja irgendwie eine Milliarde verschiedene Produkte in ganz vielen verschiedenen Drogeriemärkten. Natürlich wollen alle irgendwie ihr Geld verdienen, völlig klar und es gibt irgendwie ganz billige Cremes für 99 Cent, auch dann bei irgendeinem Discounter und dann gibt es natürlich Cremes, die gehen in den dreistelligen Bereich und so als Konsument steht man jetzt da vor diesem Regal, will sich was Gutes tun und denkt sich vielleicht so, klar, je teurer, desto besser, aber diese Formel, das wissen wir ja aus dem Alltag, stimmt ja gar nicht immer. Der Preis sagt ja eigentlich wenig darüber aus, was am Ende da drin ist. Wie kann ich denn als Konsument für mich rauskriegen, ob das jetzt etwas ist, was tatsächlich für mich gut ist und was eben auch keine furchtbare Chemie drin hat, die dann wieder irgendwie toxisch ist oder die mir andere Probleme bereitet und ja, ohne dass du jetzt vielleicht konkrete Produkte nennst, aber worauf kann man denn ganz generell achten beim Kauf von Kosmetikprodukten? Genau, man braucht ja eigentlich gar nicht diese super teuren Cremes, da bin ich auch kein Fan von, sondern es reicht eigentlich auch, wenn man sozusagen simple Produkte nimmt und simpel meine ich in dem Sinne, es ist gar nicht gut, wenn da ganz viele Inhaltsstoffe drin sind unbedingt, weil zu viel kann immer zu Hautirritationen führen. Ich denke, eins, was man sich mitnehmen kann, ist, auch wenn es schön ist und sich besser anfühlt, ist, ich würde immer auf Duftstoffe verzichten. Duftstoffe ist das zweithäufigste Allergen, was wir haben, nach Nickel, also so viele sind allergisch auf Duftstoffe, zusätzlich kann das eben die Haut irritieren, also im Gesicht würde es nicht machen am Körper, dann noch eher, beim Neurodermitiker würde ich es nicht machen, also Duftstoffe, darauf verzichten, kein Parfum, dass man guckt, kein Parfums drin, man hat ja immer die Inkis aufgelistet. Auf der einen Seite macht die EU schon einen ganz guten Job, ja, weil es gibt viele Sachen, die auch in Kosmetikern gar nicht zugelassen sind, die dürfen gar nicht verkauft werden, aber man sollte sich trotzdem die Inki-Liste angucken und da sagt einem natürlich, also als ich mir das erste Mal angeschaut habe, was ist das überhaupt, aber dann gibt es Websites wie zum Beispiel Hautschutzengel, da kann man das dann auch eingeben, kann man auch teilweise Produkte eingeben und die sagen einem dann, welche Inkis potenziell gefährlich sein können. Nicht jedes Inki, was dann unbedingt rot ist, ist dann ein absolutes No-Go, da steht dann auch eine kleine Erklärung dazu, aber man kann sich das da angucken und sieht wirklich, okay, geht das jetzt auch mit meinen Werten einher, passt das zu meiner Haut und ist das gut und das kann ich eigentlich gut empfehlen, diese Websites. Das heißt also, sich gar nicht von der schönen Verpackung gleiten lassen und von den schönen Bildern, die da so drauf sind und dann sagen, ah ja, so eine Haut hätte ich auch gerne, sondern eigentlich nochmal genauer raufgucken, was ist denn drin und ja, eigentlich auch sich ein bisschen was anlesen, oder? Also, weil da sind ja schon echt viele Inhaltsstoffe drin und dann eigentlich so eine eigene Kenntnis darüber gewinnen, was ist denn gut und was ist eben auch problematisch. Total, das auf jeden Fall und sonst, wenn man eben da auch kein Interesse dran hat, also es ist ja auch nicht unbedingt gegeben, dann kann man sich natürlich eben auch von einem Hautarzt beraten lassen, auch mit der Kosmetikerin des Vertrauens beraten lassen, wo man sagt, okay, ich vertraue dir, ich habe irgendwie das Gefühl mit den Sachen, mit denen sie arbeitet, das ist gut und dann kommt man da auch auf gute Produkte. Ich denke, man muss sich auch immer gucken, ist es ein Preis, den ich bereit bin, dafür zu bezahlen, ja oder nein oder gibt es auch was in einem anderen Preissegment, wo ich glaube, ich fühle mich damit wohl und dann kann man da auch ein bisschen gucken und man muss natürlich auch probieren. Es ist so, nur wenn die eine Creme für den einen funktioniert, die kann noch die tollsten Inhaltsstoffe haben, kann das sein, dass die für mich jetzt zum Beispiel nicht funktioniert. Also das ist auch jeder individuell und man sagt auch immer, gerade wenn man auch Kosmetikprodukte hat, die können noch so clean sein, du wirst immer jemanden finden, der darauf allergisch reagiert, ja, weil wir auch einfach alle unterschiedlich sind und deswegen da auch so ein bisschen individuell auf sich selbst hören und gucken, fühlt sich die Haut danach gut an, fühlt sich das für mich danach gut an, habe ich das Gefühl, das tut meiner Haut gut. Eine Freundin von mir, die hat zu mir gesagt, hey René, du hast so trockene Haut, geh doch mal in die Apotheke und lass dir einfach so eine Hydro-Creme anrühren. Da habe ich gesagt, oh, das traue ich mich nicht. Die haben hier so viele Cremes rumstehen, die zeigen mir doch einen Vogel, wenn ich da jetzt hingehe und sage, rübe mir mal so eine Creme an. Würden die das machen und ist das eine gute Sache, weil in der Apotheke dann wirklich nur so ganz wenig Zeug drin ist und eben auf die ganzen Zusatzstoffe verzichtet wird? Ja, das ist super. Also das ist wirklich ganz toll. Die haben ja Rezepturen in der Apotheke und damit, ich bin ein großer Fan. Wir machen Arbeit im Reformers genau mit Individualrezepturen und unabhängig davon, wir haben das in der Hautklinik auch lange gemacht und da kann man wirklich zum Beispiel Unguentum, Immosifiquans, Aquosum gibt es da bei Babys auch ganz toll. Es gibt die DHC-Basis-Creme. Das sind wirklich ganz cleane Cremes, die echt super sind. Also die sind ganz unbedenklich und die sind ganz toll und das stellen die Apotheken auch gerne her, haben die auch alles da und das sind eigentlich echt schöne Sachen, die man da benutzen kann. Trotzdem manchmal ist es ganz gut auch da wieder, man kann dann auch wieder andere Inhaltsstoffe reinmachen, aber die Apotheker können einen da auch gut beraten. Als ich damals mit dieser dicken Sonnencreme auf dem Rücken und gemischt schon mit Sand vom Strand lag, kam dann trotzdem häufig irgendein Sonnenbrand, weil ich eben so helle Haut habe und dann hat meine Mutter Panthenol-Spray genommen. Das ist auch dieser Geruch aus meiner Kindheit, den ich irgendwie dann so habe und irgendwie mag ich es auch ein bisschen. Das hat irgendwie was Nostalgisches. Ist das eigentlich eine gute Idee, weil Panthenol heilt ja dann irgendwie wieder den Sonnenbrand? Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon in den mittleren Jahren eines Mannes. Jetzt könnte ich doch eigentlich auch anfangen, Panthenol-Creme eigentlich so als täglich Routine zu nutzen, wenn die gut ist und so eine Wunde nach einer, also wenn man hingefallen ist oder wenn eben die Sonne die Haut verletzt hat, dann wäre es doch bestimmt auch gut gegen Falten und gegen alles Mögliche, oder? Ja, Panthenol ist super. Panthenol in der Tagescreme ist toll, Panthenol als in der Bodylotion ist toll, weil es eben eine beruhigende Wirkung hat. Es hilft auch der Hautfeuchtigkeit zu speichern. Also Panthenol ist ein toller Inhaltsstoff, den man gerne jeden Tag benutzen kann. Muss man nicht nur für die Bundheilung benutzen. Es kommt immer ein bisschen auf die Konzentration drauf an, bei diesen Bund- und Heilsalben ist die Konzentration natürlich auch höher von dem Panthenol. In den normalen Bodylotions dann teilweise nicht, aber das ist ein toller Inhaltsstoff, mag ich sehr gerne. Okay, sehr gut. Freue ich mich, dann habe ich da eigentlich meine Tagesroutine gefunden und nochmal bestätigt bekommen von dir, dass das was sein könnte. Ja, das ist gut, Panthenol. Und Sonnencreme. Ja genau, lass uns über Sonnencreme sprechen. Was ich interessant finde, ist auch hier gibt es einfach so viel und man kann so ein bisschen überfordert sein, wenn man vor diesen gelb-orangenen Fläschchen da im Supermarkt steht. Es gibt ja erstmal ganz viele Schutzfaktoren. Also ich nehme immer 50, weil ich denke, wenn ich mir jetzt schon was reinschmiere, dann nehmen wir mal die 50, dann kannst du gleich was zu sagen. Und dann gibt es aber auch unterschiedliche Wirkmechanismen. Und immer mal wieder höre ich auch so Berichte, wo es dann heißt, dass man auch aufpassen muss bei den Sonnencremes, weil die reagieren dann mit der Hitze, diese Chemikalien. Und was ich mir auf die Haut schmiere, kommt am Ende möglicherweise auch in meinen Körper rein. Und deshalb gibt es ja auch immer irgendwelche Stiftung-Warentest-Geschichten und so. Nur ich merke die Überforderung. Wie funktioniert Sonnencreme? Es gibt verschiedene Wirkmechanismen. Und was würdest du empfehlen? Es gibt zwei Arten von Sonnencreme. Einmal den physikalischen Schutz und einmal den mineralischen Sonnenschutz. Und der physikalische Sonnenschutz, das ist häufig mit Titanoxid oder Zinkoxid, das liegt einfach auf unserer Haut drauf. Also das geht gar nicht in die Haut rein. Das kennt man vielleicht, wenn man es mal benutzt hat, man sieht häufig so ein bisschen aus wie so ein Geist, weil sich da so ein weißer Film aufs Gesicht liegt. Oder die Surfer, die dann diese weißen oder teilweise auch bunten, das wurde ja noch schon bunt eingefärbt, Sonnenschutze auf der Nase haben. Also das ist ein Schutz, der auf der Haut aufliegt. Das hat den Vorteil, dass es sofort wirkt, weil eben noch keine Reaktion mit der Haut notwendig ist. Also ich mache das drauf und wirkt sofort, das ist eben mit dem Surfen auch sehr beliebt. Aber eben der Nachteil, dass es eben sehr weiß hält und eigentlich nicht so richtig alltagstauglich ist. Das heißt, diesen Sonnenschutz kann man benutzen. Da muss man sich auch gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie in die Haut reingeht. Aber das muss man bei dem chemischen und mineralischen auch nicht machen. Der ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil eine Zeit lang eben Oktokrylene drin waren in vielen chemischen Sonnenschützen zum Wirkmechanismus ganz kurz. Der reagiert tatsächlich mit der Haut und dann kommt es eben zu diesem Sonnenschutz. Und da kann auch eine minimale Absorption stattfinden. Also das hat wirklich das minimal auch in unserem Blutkreis drauf gerät. Das kann es aber bei allen Cremes, weil die Haut ist einfach angeschlossen. Nur das, was dann ankommt, ist zu vernachlässigen und wird auch zu keinem Schaden. Und das Oktokrylene hat eben die Korallenriffe geschadet und es gab auch mal so ein paar Studien, die gesagt haben, oh Gott, das ist dann in Morinen nachgewiesen worden. Hat aber niemals irgendeinen Schaden am Menschen jetzt irgendwie nachweislich hervorgerufen. Das ist mittlerweile auch verboten in der EU, Oktokrylene. Ansonsten ist der chemische Sonnenschutz sehr schön, finde ich. Man muss so ein bisschen gucken, welche Filter sind da. Auch da wieder kann man sich ein bisschen einlesen. Auch wieder Hautschutzengel ist eigentlich, finde ich, immer ein ganz guter Hinweis. Und bei den chemischen Sonnenschützen, die sind eben eher alltagstauglich. Wenn man da so ein Fluid nimmt von der Konsistenz, das ist nämlich gar nicht mehr dieses Dicke, was man da aus der Kindheit kennt. Das habe ich nämlich auch noch, wo man denkt, es klebt überall und man glänzt die ganze Zeit und furchtbar. Das wäre ja nicht alltagstauglich so richtig. Dann gibt es schöne, leichte Texturen, die man benutzen kann. Und das wirkt nach 30 Minuten. Also nach 30 Minuten hat man da vollen Schutz und kann dann eben auch in die Sonne gehen. Und wenn ich jetzt eine Sonnencreme für 99 Cent kaufe, ist dann irgendwas anderes drin als eine Sonnencreme für 99 Euro? Wenn du sagst, eigentlich gibt es diese beiden Wirkmechanismen, kann man Fehler machen dann eigentlich noch? Ja, also ich glaube bei 99 Cent, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gibt. Also das Problem ist, dass diese chemischen Filter sind tatsächlich in der Herstellung auch sehr teuer. Aber es gibt ja auch immer wieder Stiftung Warentest. Das sind auch diese Gütesiegel, die eben ja auch eine Orientierung geben. Wie gut ist das? Wie hoch ist der Schutz? Immer wichtig, immer UVA- und UVB-Schutz. Aber das ist mittlerweile auch so reguliert, dass es nur noch UVA- und UVB-Schutz gemeinsam gibt und nicht nur den einen oder den anderen. Und gibt es irgendeinen Grund, warum man nicht 50 nehmen sollte, sondern 30? Also meiner Meinung nach nicht. Also doch, man könnte vielleicht im Winter sagen, jetzt im Winter in Deutschland, dass man dann halt morgens 30 drauf macht und man jetzt nicht in der Höhe ist. Ansonsten würde ich sagen immer 50, weil es ist schon so, dass wir eigentlich dazu neigen, dass wir zu wenig Sonnenschutz benutzen. Denn wenn man sich diese Mengen anguckt, dann sagt man immer die Zwei-Finger-Regel, also halt zum Beispiel Zeigefinger und Mittelfinger, da jeweils einen Strich von Sonnencreme und das dann eben pro Körperareal. Und das ist schon ziemlich viel. Und die meisten benutzen eigentlich zu wenig. Also auch wenn meine Patienten mit einer vollen Sonnencreme in den Urlaub fahren und dann mit der Hälfte wieder zurückkommen oder überhaupt mit was, dann weiß ich mal zu wenig Sonnenschutz benutzen. Deswegen ist der 50er-Faktor schon besser, weil er erhöht die Eigenschutzzeit einfach um eine längere Zeit und man muss auch nicht so häufig nachcremen. Weil das Nachcremen vernachlässigen wir ja auch leider häufig. Und wenn du wirklich in der Sonne bist, im Sonnenurlaub sollte man auch alle zwei Stunden nachcremen. Okay, also schon relativ häufig dran denken und einmal reicht dann nicht aus. Nee, und man wird auch trotz Sonnenschutz braun und man wird auch im Schatten braun und deswegen Sonnenbahnen grundsätzlich vermeiden. Aber man sieht es auch, finde ich, weniger mittlerweile. Du hast schon angesprochen, dass man natürlich Hautalterung durch Lifestyle-Sachen alles erkennen kann. Falten, Pigmentflecken, vielleicht auch die entstehen durch bestimmte Lifestyle-Sachen. Welche Lifestyle-Sachen würdest du denn außerdem noch sagen, sollten wir vermeiden? Nicht nur, wenn es darum geht, dass wir irgendwie eine schöne, gesunde, reine Haut haben wollen, sondern eben auch tatsächlich eine Haut haben wollen, die ja widerstandsfähig ist und die dann eben auch ihre ursprüngliche Funktion, die sie ja hat, ganz medizinisch oder biologisch betrachtet, auch gut erfüllen kann. Ja, also ich würde sagen, paradoxerweise auch weniger ist mehr. Also man braucht jetzt nicht zwölf Produkte, die man sich morgens und abends aufs Gesicht schmiert und dann noch was zweimal die Woche hier und da und einen riesigen Schrank an Kosmetikern, sondern eigentlich reicht eine simple Routine und wichtig ist, dass die Hautbarriere eben nicht angegriffen wird. Das sieht man im Winter ganz oft, trockene, rissige Haut am Körper. Also da täglich Bodylotion verwenden nach dem Duschen, ist nicht nur unbedingt für Neurodermitika, aber das ist eben eine gesunde Haut. Sobald die Haut rissig wird, trocken wird, können Entzündungen entstehen, können durch diese Risse in der Haut auch Entzündungen in unseren Körper eindringen. Also das Wichtigste ist da eigentlich beim Lifestyle wirklich auch darauf zu achten, wir geben der Haut genug Feuchtigkeit und pflegen sie. Das passt ja auch wieder ganz gut zur Achtsamkeit. Genau, und das mit Achtsamkeit verbinden. Ja, genau, weil ich habe gerade gedacht, oh, nach jedem Duschen, also das mache ich auf jeden Fall nicht, mich da einzucremen und dachte erst so, oh, das kostet ja Zeit und so, aber das ist natürlich auch das Standardargument, wenn ich in Workshops sage, so meditiert doch mal fünf Minuten heute, dann sagen Leute auch, oh, ich weiß nicht, ob ich die fünf Minuten Zeit habe, ich muss ja noch zu Instagram gehen und da Hunde-Videos liken, habe ich ja gar keine Zeit zu meditieren. Genau, und darf er sich einmal bewusst Zeit nehmen, dann ohne Handy da im Moment sein und dann dauert es auch gar nicht so lange eigentlich. Ja, und das ist ja eigentlich auch ganz schön, den Körper auch nochmal zu spüren, die Berührung zu spüren, das kann ja auch wirklich was ganz Beruhigendes sein und das nicht nur so zack, 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 alles zu machen, sondern da wirklich auch eine achtsame Routine zu machen, also auch wie so ein Bodyscan mit anfassen irgendwie. Genau, und das finde ich nämlich auch sehr schön, diesen Gedanken daran, man muss auch sagen, bei allen Sachen, die auffallen, in der Regel fallen sie meistens auch uns dann zuerst, auch bevor sie überhaupt den Arzt auffallen, weil wir sollten ja mit unserem Körper in allem sein und auch mit uns selbst sowieso und bei uns sein und wenn man sich dann eben einschmiert, dann fällt dann vielleicht mal der Fleck auf, der auffällig sein könnte oder dann fällt dann mal auf, ah, hier ist irgendwie ein Knoten, der war vorher nicht da und dann hat man so den Moment, wo man sich eben auch mit sich einmal auseinandersetzt. Deine Routine des Tages und ich habe keine Kamera bei dir installiert, besteht darin, so einen Quarzroller zu benutzen morgens und so einen Quarzroller habe ich, glaube ich, auch das erste Mal vor zwei Jahren gesehen und dachte, na, das ist ja irgendwie so ein neues Trendding, um wieder fünf Euro abzukassieren. Was macht der und was machst du damit und ist das sinnvoll? Ich finde es super, muss ich sagen. Es gibt mir auch eine gewisse Form von Routine. Was es eigentlich macht, ist durch das Rollen, dass man natürlich so ein bisschen das Lymphödem, was ich über Nacht eben ansammeln kann, man kennt das ja manchmal vielleicht, wenn man diese Puffy Eyes über Nacht hat oder das Gesicht so ein bisschen geschwollen ist, dass es diese Schwellung eben draus nehmen kann. Das hat auch nicht jeder. Bei mir ist so mein Gesicht morgens häufiger auch mal so ein bisschen angeschwollen, gerade jetzt eben Allergiezeit auch, leide ich auch ein bisschen drunter. Ich mache das immer kurz ins Eisfach, desinfiziere ich und rolle das dann über mein Gesicht und das finde ich immer sehr angenehm, muss ich sagen. Und es hat tatsächlich auch einen Effekt, weil es eben dieses Lymphödem rausrollt. Und muss ich es dann von links nach rechts sozusagen oder von wo muss ich es hin und her rollen? Also eigentlich tatsächlich von oben nach unten, weil die Lymphöme fließt ja nach unten ab, nicht nach oben. Und du setzt dann unter dem Auge an? Und dann unter dem Auge an und dann auch runter. Zum Kinn. Genau, zum Kinn runter, zum Hals runter, also eigentlich hier unten dann. Puffy Eyes, ich habe viele Begriffe gelernt. Du hast schon ein paar andere Begriffe auch gerade schon gesagt und bei dir auf Instagram habe ich auch noch was gelesen. Skin Picking und Skin Purging. Vielleicht alle Hörerinnen, die uns gerade hören, sagen, ach gern, René, weiß man doch, was das ist, Mensch. Aber was deuten diese beiden Sachen? Also eigentlich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das Skin Picking ist was, von dem ich leider selber auch betroffen bin. Das Skin Picking ist, wenn man sozusagen an der Haut viel rumkratzt und auch unbewusst rumkratzt. Und da kommen wir auch wieder zu Stress und Kompensationsmechanismen. Bei mir ist es so, wenn ich gestresst bin, dann fange ich an, mehr in der Haut rumzudrücken. Also dann fange ich mehr an, am Hals rumzudrücken. Ich fange da an, irgendwie rumzuknibbeln. Und dadurch entstehen ja auch Wunden und eben auch Unreinheiten, weil, wie vorhin schon gesagt, an den Händen sind viele Bakterien. Damit sollte man sich gar nicht so viel ins Gesicht fassen und erst recht nicht dran rumknibbeln. Und das Skin Picking geht wirklich so weit, dass Leute teilweise im Gesicht denken, sie hätten Unreinheiten, das aber gar nicht unbedingt ist, sondern es kommt wirklich einfach nur durch eigene Manipulation und durch Stressregulation. Und da kann man dann eben teilweise, wenn es wirklich sehr schwer betroffen ist, auch mit psychologischen Methoden entgegenwirken. Wir haben ja auch Psychodermatologie tatsächlich. Also ich war mal in Zürich tätig, da gab es auch eine richtige Abteilung für Psychodermatologie, weil man sich da auch ablenken muss. Also zum Beispiel mit einem Haargummi, was man dann nimmt und einen anderen Reiz auslöst und das nicht macht, weil es auch in schlimmeren Fällen auch zu Narben führen kann. Und das ist Skin Picking. Ich glaube, so ein bisschen Skin Picking kennt jeder. Krankheitsbild ist dann wirklich erst, wenn es eben einen Leidensdruck hervorruft bei den Patientinnen. Ja, ich kann auch einen Vollbart empfehlen. Dann streicht man so ganz weise durch den Bart und hat dann nicht an der Haut rumgeknabbelt. Und Skin Purging, habe ich eine Familie nicht. Skin Purging ist ja was ganz anderes, nämlich nochmal, als Skin Picking. Skin Purging bedeutet eigentlich, wenn man einen neuen aktiven Inhaltsstoff benutzt, dass die Haut erstmal schlechter werden kann. Und das ist so die sogenannte Erstverschlechterung. Und das ist auch ganz normal. Und das passiert so innerhalb der ersten eins bis zwei Wochen. Und dann wird die Haut in der Regel besser. Also das ist das Skin Purging. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Was würdest du denn am Ende unserer Folge als Message an die Welt hinausschreien, wenn es um die Haut geht? Was fällt dir da so ein? Welcher Satz, welche Aufforderung, welcher Gedanke? Was ist dir wichtig? Also die Haut ist unser wichtigstes Organ, weil es eben unser größtes Organ ist. Also wir sagen nicht unser wichtigstes Organ, alle unsere Organe sind wichtig. Aber es ist unser größtes Organ und es schützt uns vor den Umwelteinflüssen. Und wir sollten einfach liebevoll mit unserer Haut auch umgehen und unsere Haut aber auch liebevoll annehmen für das, was sie ist. Denn sie schützt uns jeden Tag. Vielen Dank, Sarah, dass du hier im Podcast warst und dass wir tatsächlich ja Derma-Psychologie auch ein bisschen betrieben haben. Und wir haben einerseits über Routinen gesprochen, die unserer Haut helfen, weil sie dadurch Nährstoffe bekommt oder eben auch Schutz bekommt. Aber gleichzeitig auch über Routinen gesprochen, die uns ja eben auch als Menschen helfen, vielleicht uns auch wieder mit uns zu verbinden und zu spüren, uns kennenzulernen weiter und vielleicht am Ende ja auch schön zu finden mit all dem, was wir da so im Spiegel sehen und uns eben auch zu fragen, was wollen wir eigentlich? Und ja, mir hat es großen Spaß gemacht, dich ein bisschen auszuquetschen zum Thema Haut und gemeinsam über unsere Argne-Jugend zu sinnieren. Dann vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ja, danke dir, René, dass ich dein Gast sein durfte. Dann, liebe Hörer, du kannst ja mal am Ende für dich überlegen, was ist denn dein Kontakt zu deiner Haut? Also wie blickst du auf deine Haut? Gibt es Momente, wo du deine Haut ganz achtsam berührst oder auch pflegst, etwas für die Haut tust? Und bist du freundlich zu deiner Haut? Oder wie gehst du mit deiner Haut um? Und das könnte ja vielleicht nochmal die Einladung sein für die Zeit nach diesem Podcast jetzt, dass du dir darüber Gedanken machst, wenn du denn magst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit ganz vielen tollen Dingen, die unter die Haut gehen. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.